Das ist der Edelcatcher, auf Deutsch übersetzt Aalfänger. Wir haben mit sehr, sehr vielen verschiedenen Aromen gearbeitet, darunter Knoblauch, Fischöle, Anis und noch ein paar andere geheime Zutaten, die ich jetzt nicht unbedingt nennen möchte. Die Ruten sind scharf, Freunde, es kann losgehen, was? Aal, was ist aus? Ein Aal? Ja, gibt's ja nicht so, ich bin 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 so. Boah, grisig. Ist das ein Kongler? Hab keine Ahnung. Oh, ich war so dick. Das ist ein Meerhaut. Das ist Kongler. Das ist ein Kongler. Das ist ein Kongler. Ega. Das ist ein Meerhaut. Ich bin mir sicher, aber der Maul ist nicht aus dem Kongler. Das ist Kongler. Ich schwöre, Leute, entweder ist es jetzt ein fetter Meerhaut oder es ist ein kleiner Kongler.